Robert Habecks Trauzeugenaffäre, das Bundeswirtschaftsministerium, ist offensichtlich in den Fängen eines Familienclans rund um Habecks Staatssekretär Patrick Greichen. Um dieses Thema geht es heute, aber es geht auch um mehr. Ist es nur das Fehlverhalten eines wichtigen Staatssekretärs oder ist es nur die Spitze eines Eisbergs an Verfehlungen? Und vielleicht müssen wir sogar zu dem Schluss kommen, ist es eine Gefahr für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Robert Habecks Trauzeugenaffäre oder wie das Klima zum Big Business und zur großen Profitmaschine für einige wenige wurde. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Meine Gäste heute sind Mario Mieruch, ein ungewöhnlicher Bundestagsabgeordneter. Er ist nämlich Diplomingenieur und ist nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag wieder in seinen Beruf zurückgekehrt. Aber er hat sich drei Jahre lang intensiv mit der Lobby, mit den Organisationen, mit den Vorfeldorganisationen rund um die Klimapolitik beschäftigt und wird dazu Erstaunliches berichten können. Denn alles, was Sie heute in den Zeitungen lesen, geht im Wesentlichen in der Sache zum großen Teil auf ihn zurück. Rupert Scholz, Verteidigungsminister AD, Staatsrechtler und Verfassungsrechtler, der uns erklären wird, was passiert da eigentlich in Politik und Verwaltung. Und Frank Henkel, der wie immer mit mir durch die Sendung führt. Herr Mieruch, was passiert da eigentlich? Ist es nur ein persönliches Fehlverhalten, dass der Wirtschaftsminister Robert Habeck da so Freunde und Verwandte ins Ministerium holt, der ganze Familienclan rund um seinen Staatssekretär entstanden ist mit Schwestern und Brüdern und Trauzeugen, die sich da die Jobs gegenseitig zuspielen. Ist es nur die Spitze eines Eisbergs oder steckt da mehr dahinter? Na ja, es ist die Spitze eines Eisberges und es ist sicherlich kein Versehen, was da jetzt passiert, sondern es ist ein bisschen ungünstig vielleicht für die handelnden Protagonisten, dass jetzt ein Scheinwerfer draufgerichtet ist. Bisher ist das halt eben einfach nicht aufgefallen, was man all die Jahre dort strategisch vorbereitet hat. Und jetzt kommt es plötzlich an die Öffentlichkeit. Wenn Sie sagen strategisch vorbereitet, man stößt immer wieder auf einen Begriff, Agora-Energiewende. Das ist ein Verein, der Chef war Herr Kreichen, der jetzt plötzlich Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist und die wichtigsten Weichenstellungen dort vornimmt. Dann gibt es in diesem Agora-Verein viele Ableger und es sind Politiker aller Parteien drin vertreten. Und es gibt viele Millionen, die in diese Agora fließen. Was ist das für ein Verein? Ist das die berühmte Spinne im Netz, die alles steuert? Naja, es ist nach dem, was ich recherchiert habe und so wie ich das wahrnehme, eigentlich die treibende Organisation in Deutschland. Also sie sagen ja selbst, dass sie ein Think Tank sind, in dem wesentliche Entscheidungen zur Energie- und Verkehrswende in Deutschland getroffen werden. Sie beschreiben sich selbst als Ort der offenen Diskussion, tagen erstaunlicherweise aber stets hinter verschlossenen Türen und nach Chatham House Rules. Das heißt, niemand darf namentlich zitiert werden. Und es geht eben mitnichten einfach nur auf quasi jetzt die Grünen rund um Robert Habeck oder um Patrick Greichen zurück, sondern ich habe mir nur mal eine kleine Notiz gemacht, wer halt eben alles vertreten ist. Und wir haben also amtierende oder ehemalige Staatssekretäre, den Herrn Jochen Flassbert aus der SPD, den Herrn Barke von den Grünen, den Herrn Feicht von der CDU, den Herrn Theurer von der FDP, den Herrn Greichen hatten wir schon erwähnt, dann den Herrn Thido von den Grünen, den Herrn Saathoff von der SPD. Minister gibt es auch noch, Cem Özdemir war auch Mitglied im Rat der Agora. Dann der Oliver Krischer, der jetzt Minister in NRW ist, ist dort mit dabei gewesen. Und dann auf Landesebene in Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch den Herrn Pegel von der SPD und Franz Untersteller in Baden-Württemberg oder die Frau Walka in Baden-Württemberg. Und darüber hinaus halt eben noch aus allen großen Parteien diverse Bundes- und Landtagsabgeordnete, Industrievertreter etc. Das ist also eine ganz, ganz bunte Mischung, die da schon seit vielen Jahren hinter ihren verschlossenen Türen tätig ist. Nur niemand hat aus diesen Parteien bisher etwas darüber berichtet und gesagt, was dort eigentlich passiert. Und dort wird vorausgedacht und vorformuliert, was dann gesetzt wird. Also zum Beispiel Verbrennerverbot, Heizungsverbot, was noch? Exakt, genau. Also das Verbrennerverbot nur mal als Thema ist in der Agora schon 2016 postuliert worden, indem man in einer Videobotschaft ganz klar gesagt hat, ab 2030 war damals das Ziel, darf in Deutschland kein Verbrenner mehr zugelassen werden. Und das wirft für mich halt eben die Frage auf, weil viele Vertreter der Parteien, die jetzt nicht zu dem grünen Spektrum gehören, sondern ja gerade so überrascht tun oder jetzt eben den Anwalt der Autofahrer geben, wenn sie denn dort vertreten waren in dieser Agora, warum haben sie die Öffentlichkeit nicht über diese Vorhaben informiert? Warum wurde nicht darüber gesprochen? Und das sind die Dinge gewesen, denen ich dann in der letzten Legislatur versucht habe, auch auf den Grund zu gehen, um dann festzustellen, dass mir Angehörige verschiedener Fraktionen erklärt haben, sie wüssten gar nicht, was Agora ist. Das heißt also, führende Vertreter ihrer Parteien sind dort organisiert und dort tätig und Abgeordnete in den Fraktionen erklären mir, sie kennen das gar nicht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die kennen es wirklich nicht, das heißt, man spricht nicht miteinander und hält es also auch in den Fraktionen geheim. Oder sie wissen es sehr wohl und lügen darüber. Beides ist in der Konsequenz nicht gut. Das klingt aber ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie. Sie sagen, da gibt es eine geheimnisvolle Organisation und die macht das alles und keiner spricht darüber. Na, geheimnisvoll sind sie ja nicht. Sie haben ihre Webauftritte, sie haben ihre entsprechenden Veröffentlichungen. Alles das, was ich hier eben entsprechend heute beitrage oder was ich auch auf meiner Webseite Dieselvorwand festgehalten habe, das kann man ja recherchieren. Das ist ja zu finden. Das war gar nicht allzu schwer, das alles rauszusuchen. Es musste nur mal einer machen. So, und da gibt es noch ein paar Organisationen rundherum. Die Deutsche Umwelthilfe, die aber das faktische Verbot des Diesels früherer Generationen zu verdanken haben nach gefälschten Studien. Da gibt es den Verkehrsclub Deutschland, wo wieder ein Staatssekretärvorsitzender ist. Wer finanziert diese Truppe? Na, das Geld kommt zu unterschiedlichen Anteilen im Wesentlichen aus der privaten Wirtschaft und vom Steuerzahler. Ich bin also quasi genau dieser Frage, Folge dem Geld, ja auch nachgegangen und wollte zum Beispiel wissen, welche Kenntnis unsere Bundesregierung eigentlich über die Finanziers dieser Organisationen hat, die sich ja im Wesentlichen dann in der Agora als Denkfabrik manifestieren. Und da hat mir die Regierung erklärt, das wissen wir nicht. Wir haben keinerlei Kenntnis über Finanziers. Das war aber auch nicht so schwer herauszubekommen, denn die Agora, die ja unter der CEFAB GGMBH, also der Smart Energy for Europe Plattform hängt, diese Smart Energy for Europe Plattform ist quasi auf eine Gründungsinitiative der European Climate Foundation und der Mercator Stiftung zurückzuführen. Und das sind ganz rein privatwirtschaftliche Institutionen und Unternehmungen. Auch aus den USA? Natürlich aus den USA. Also die European Climate Foundation ist ja nur der europäische Ableger der Climate Works Foundation. Und diese Climate Works Foundation hat zu ihrer Gründung im Jahre 2008 ungefähr 500 Millionen Dollar zugeschusst bekommen von der Hewlett Foundation. Und da stehen letzten Endes knallharte wirtschaftliche Interessen dahinter. Das Gestalten von Märkten, das Abwürgen von Märkten und die entsprechenden Renditeerwartungen. Ob da das Klima halt eben in irgendeiner Form positiv mit beeinflusst wird. Wenn es klappt, ist schön. Wenn es nicht klappt, ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Jetzt haben wir ja gerade gehört, Rupert Scholz, dass ganz offensichtlich die Causa Habeck entzündet an einer Trauzeugenaffäre. Die Causa Habeck entzündet an einer Trauzeugenaffäre offensichtlich viel größer ist als ursprünglich erwartet. Teile davon waren seit 2021 ja bekannt. Warum glauben Sie, kommt es jetzt zu der großen Empörung? Erst jetzt, muss man sagen. Ich glaube, es ist das Entscheidende, dass die Dinge ans Licht kommen. Ich will immer sagen, ans Licht kommen. Wir haben ja eben gehört, wie das so im Halbdunkel sich alles bewegt. Wir haben das Thema Klimapolitik, wo der normale Bürger mit der gefragt werden würde, wer ist dafür zuständig? Ich würde sagen, der Gerstgeber und die Verwaltung. In Wahrheit sind es aber inzwischen halbstaatliche, private oder privatisierende Organisationen, bei denen die Grundsätze eines rechtsstaatlichen öffentlichen Dienstes nicht gelten. Öffentlicher Dienst, Beamtenrecht bedeutet Unabhängigkeit, Neutralität, parteipolitische Neutralität, Kompetenz, Leistungsprinzip. Alles das sind Dinge, die eigentlich maßgebend sind für die Bestellung von Beamten, auch von Staatssekretären. Was haben wir stattdessen? Stattdessen haben wir dieser Staatssekretär Greichen, ja offenkundig eine äußerst fragwürdige Figur. Aber Herr Habeck hält ja nun offenkundig an ihm fest, scheint von ihm abhängig zu sein. Ich will das mal unterstellen. Obwohl in Wahrheit, der Herr Greichen mit seinen familiären Geschichten, die er eben da im Rahmen dieser halbstaatlichen Organisationen außerhalb des Ministeriums genau genommen, dem er eigentlich verpflichtet ist, pflegt und begünstigt und ähnliches. Eigentlich ist es die Sache von Herrn Habeck selbst. Denn ein Staatssekretär handelt im Namen des Ministers. Wenn also der Minister, um das hier nur in Parenthese zu sagen, Wenn der Minister Habeck sagt, er hält an dem Herrn Greichen fest, dann ist das noch fragwürdiger, denn der Greichen hat gehandelt im Namen des Ministers. Also da kann ich sagen, das ist von der Staatssekretär und der ist jetzt brav. Das geht nicht. Aber inzwischen sind eben Maßstäbe, die für den öffentlichen Dienst in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie selbstverständlich sind, zum Beispiel in den Beamtengesetzen festgelegt sind, die werden nicht mehr beachtet. Und der Hebel dazu sind diese, ja, diese so halböffentlichen, fragwürdigen, merkwürdigen Einrichtungen, die es da gibt, die beliebig gegründet werden und massiv finanziert werden. Der Steuerzahler muss das bezahlen, aber man weiß nicht, wo das Geld hinfließt und wo es herkommt. Das heißt, wir leben in einer Phase, die möchte ich nennen, einer partiellen Entstaatlichung öffentlicher Aufgaben. Das bedeutet aber wiederum nicht nur, dass der Rechtsstaat in Frage gestellt wird, sondern das Demokratieprinzip. Denn hier gibt es keine demokratisch-parlamentarische Verantwortung. Und wenn es die nicht gibt, dann ist der Staat genau genommen, so wie unser Grundgesetz ihn vorschreibt, fast am Ende. Und die Gefahren bestehen eindeutig. Das ist ein ungeheuerer Vorwurf. Ein ungeheuerer Vorwurf, den Sie da erheben. Ja, wir sehen ja die Entwicklungen. Man kann ja sagen, glücklicherweise kommen die Dinge jetzt mal hoch. Und das ist ja auch dankenswerterweise, solchen Untersuchungen, von denen wir gehört haben, ja eben buchstäblich zu verdanken. Dass die Dinge endlich auf den Tisch kommen. Dass dabei dann entscheidend ist, plötzlich irgendein Tauzeuge oder irgendeine Figur, das sind nur die Randerscheinungen. Die Probleme liegen tiefer, viel tiefer. Und wenn wir den da nicht aufräumen. Das heißt, wenn sich nicht, zum Beispiel der Deutsche Bundestag. Der Deutsche Bundestag beklagt sich ja gerade durch seine Präsidentin, dass die Regierung Gesetzgebungsvorhaben viel zu schnell durchzieht. Und dass gar nicht genug Zeit und Sorgfalt im Parlament gegeben ist, die Dinge wirklich zu beraten und zu prüfen. Das ist ein hochinteressanter Vorgang. Wo kommen denn diese Schnellgesetze her? Die kommen genau aus diesen halbstaatlichen, halböffentlichen, nie ernsthaft kontrollierten Gremien oder Organisationen. Da kommt das her. Und das wird dann blitzschnell über die Ministerien wiederum verfilzt, ein bisschen in familiäre Dinge hinein, verfilzt mit jeden Organisationen. Wenn man etwa daran denkt, dass der Staatssekretär Greichen eben seine Schwester und sein Bruder im Öko-Institut sitzen, eine dieser Einrichtungen. Und dann wird das gleich zusammengeschnürt, schnell in den Bundestag rein. Wir sind ja Ampel, wir haben die Mehrheit und ziehen die Dinge durch. Das ist keine Demokratie mehr. Das ist, ja, ich würde mal so sagen, das ist im Schnellverfahren praktiziertes Unrechtssystem. Rupert Schatz, Sie sind ja nicht nur ein exzellenter Juppers, sondern Sie haben Verwaltungserfahrung im wahrsten Sinne des Wortes. Sie waren Senator in Berlin, Sie waren Bundesminister im Bund. Ist es eigentlich vorstellbar, dass allgemeingültige Compliance-Regeln niemand mehr im Ministerium eigentlich weiß, geschweige denn sie anwendet? Für mich unfassbar. Für mich war das immer selbstverständlich, dass die Compliance-Regeln eine Selbstverständlichkeit sind. Ich brauche nicht nur von der Sache her, sondern auch unter Legitimationsaspekten, von Rechtsstaatlichkeit angefangen bis zum Demokratieprinzip, eine, ich möchte ja mal sagen, voll transparente und buchstäblich saubere Verwaltung. Transparenz und Sauberkeit geraten aber immer mehr offenkundig in den Hintergründen, werden schlicht verdrängt oder werden nicht mehr beachtet. Und damit wird unser demokratisches Gemeinwesen insgesamt fragwürdig, unglaubwürdig. Das Vertrauen der Bürger wird massiv beschädigt. Ohne Vertrauen der Bürger, wenn wir nie ein demokratisch-rechtsstaatliches System in Funktionsfähigkeit behalten. All diese Dinge sehe ich heute in hohem Maße gefährdet. Und dass das Ganze an einem scheinbaren Randaspekt, nämlich jenen familiären Verquickungen und Clanbildungen der Herrschaften Habeck und Greichen hochgekommen ist, das muss man fast dankbar so sehen, dass die Öffentlichkeit endlich mal begreift, was da eigentlich im Gange ist. Wobei schon, wenn ich das noch hinzufügen darf, Herr Henkel, für mich schon bemerkenswert ist, diese symptomatische Wirkung dieser Vorgänge sind in der ARD überhaupt nicht, beispielsweise in unserem Hauptnachrichtensystem der ARD, überhaupt nicht berichtet, geschweige denn kommentiert worden. Da frage ich mich wiederum, wie ist das möglich? Unsere öffentlichen Rundfunk- und Fernsehsysteme sind dazu da, dass der Sinn der Pressefreiheit, der Rundfunkfreiheit im Sinne des Grundgesetzes für Kontrolle, Information und gegebenenfalls Aufklärung zu sorgen. Also Sie sehen auch hier, der Filz reicht offenkundig auch in solche Bereiche hinein noch schlimmer. Sind wir dankbar, dass es Sendungen wie diese gibt, wo wir darüber reden können. Robert Scholz, eine Frage noch im Anschluss. Es gibt Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag, die sprechen jetzt von mafiösen Strukturen. Ist es zu hart oder trifft es den Nagel auf den Kopf? Der Begriff Mafia ist ja sehr weit und auch von mafiösen Strukturen würde ich nicht reden. Aber ich würde schon von nicht legitimierten, fragwürdigen, intransparenten und damit auch rechtsstaatlich-demokratie-staatlich gesehen höchst fragwürdigen Strukturen sprechen. Und der Aufklärungs- und Beseitigungsbedarf ist genauso groß, wie wenn es um mafiöse Strukturen ginge. Würden Sie für einen Untersuchungsausschuss plädieren? Ich glaube, der Untersuchungsausschuss würde Sinn machen, mit Sicherheit. Denn Untersuchungsausschuss sind ja schon das einzig wirksame Kontrollinstrument des Parlaments, um Missständen zu begegnen. Und das ist schon eine wichtige Einrichtung. Andererseits wissen wir natürlich auch alleine, ein Untersuchungsausschuss genügt nicht. Wenn wir jetzt einen solchen Untersuchungsausschuss bekommen, wäre das gut. Aber man kann auch vorhersagen, wie der funktionieren wird oder nicht funktionieren wird. In dem Ausschuss hat natürlich dann die Ampelkoalition die Mehrheit, wie im Parlament insgesamt. Und dann wird man mit den üblichen taktischen Mäßchen das Ganze hinziehen, hinziehen, verzögern, verdrängen. Und wenn dann nach zwei Jahren rauskommt, ja, da war ja wirklich was faul, dann interessiert das niemanden mehr. Also, Untersuchungsausschuss, ja, aber es genügt nicht. Herr Mieruch, Rupert Scholz beschreibt eine wirkliche Gefahr für unseren Rechtsstaat und für unsere Demokratie durch diese intransparenten Organisationen. Meine Frage an Sie, was treibt diese Gruppen? Diese Gruppen, wie zum Beispiel die Agora Energiewende, Deutsche Umwelthöfe, Verkehrsclub Deutschlands und andere, sagen, sie machen das alles im öffentlichen Interesse. Sie machen es alles, um das Klima zu retten. Ist das eine Gemeinwohlaufgabe, der sich die verschrieben haben? Oder ist es Geschäftemacherei? Sie verkaufen es in der Öffentlichkeit als Gemeinwohlaufgabe, quasi das gute Gefühl. Ja, man spricht ja neudeutsch heute mittlerweile von den Fülis, die stimmen müssen. Aber am Ende ist es halt eben ein knallharter Geschäftsinteressen, die dahinter stehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte Preis Wortehaus & Coopers letztes Jahr den Markt für Klimathemen auf 6,5 Billionen Dollar taxiert. Ja, und das möchte man natürlich gerne haben, dieses Geld. Das sind riesige Geschäftsfelder. Und wenn es tatsächlich halt eben um die gute Sache ginge, dann hätte man die Kernkraftwerke angelassen. Das ist, alleine da fängt es schon an. Also wenn heute Regierungsvertreter hergehen und sagen, wir schalten die Kernkraftwerke ab, wollen aber dann ein Tempolimit einsetzen, um Emissionen zu reduzieren, dann muss man sich fragen, ob diese Leute wirklich noch bei Verstand sind. Weil es ist unfassbar irrational, das Ganze. Und der angesprochene Untersuchungsausschuss, da gebe ich Herrn Scholz völlig recht. Ich habe das ja auch mehrfach erlebt, wenn ich nachgebohrt habe, Fragen gestellt habe, parlamentarische Fragen. Ich habe das immer mal so gelernt, dass ich als Abgeordneter die letzte Kontrollinstanz bin. Wie oft hat quasi die Antwort viel Text enthalten, der aber nichts mit meiner Frage zu tun hatte? Das ist also sehr, sehr spannend. Beschäftigen Sie sich mal mit dem Bürgerdialog Stromnetz. Da stoßen Sie auf ganz andere Dinge, wo Compliance-Regeln, naja, vielleicht wusste man, dass es sie gibt. Machen wir es mal ganz konkret. Die Tatsache, dass Deutschland im Augenblick verwüstet wird, seine Wälder abgeholzt werden für Windräder, die keinen Strom produzieren oder dass die Ackerflächen wertvollstes landwirtschaftliches Land für solche Solarpaneelmeere zerstört wird, das ist Lobbyinteresse, sagen Sie. Da verdient jemand dran und deswegen muss die Agurda dafür sorgen, dass Herr Greichen und Herr Habeck diese Geschäfte so betreibt, wie sie sie betreiben? Das lässt der Schluss halt eben eigentlich nur zu. Denn viele Dinge, die da passieren, wie jetzt das Abholzen des Reinhardswaldes oder das Aufstellen von noch mehr Windrädern in windschwachen Regionen, ist doch völlig irrational. Mit Vernunft mache ich sowas nicht. Ich schalte halt auch keine funktionierende Energieversorgung ab, wenn ich keinen sicheren Ersatz habe. Das tut man nicht. Und die Industrie reagiert ja halt eben auch schon darauf, beziehungsweise die, die man nicht mehr hier haben will. Und der Rest wird halt eben eine Mischung sein aus den entsprechenden partikulären Lobbyinteressen. Derjenigen, die jetzt halt eben an der Energiewende verdienen, die Summe hatten wir ja gerade angesprochen. Und die andere Hälfte wird halt eben so eine Mischung sein aus Hybris, Ideologie und der augenscheinlichen persönlichen Berufung, das Land halt eben nach seinen Vorstellungen umbauen. Aber wer verdient zum Beispiel an der Abschaffung des Individualverkehrs? Das soll ja, sagt die Agora-Energiewende, der Verkehr soll drastisch reduziert werden. Wer verdient daran? Ja, daran wird wahrscheinlich kaum jemand so wirklich verdienen. Ich weiß auch nicht, ob Sie sich das zu Ende überlegt haben, was Sie da eigentlich fordern. Denn es ist ja mittlerweile auch als nächstes Ziel ausgelobt gewesen, nicht nur Individualverkehr so teuer zu machen, dass sich nicht mehr jeder leisten kann. Den Satz habe ich letzte Legislatur immer wieder um die Ohren gehauen bekommen. Das ist ein Angriff auf bürgerliche Freiheiten. Das ist meines Erachtens nach ein ideologisch motiviertes Thema. Sondern der Nachfolger von Herrn Greichen, der Christian Hochfeld, hat ja unlängst ausgelobt gehabt als Forderung, die Anzahl der Pkw muss von über 40 Millionen auf 30 oder weniger reduziert werden. Und das kann letzten Endes nur ideologischen Aspekten folgen. Denn es wird die heimische Industrie, nicht nur die Automobilhersteller, sondern halt eben auch die gesamte Zuliefererstrecke, wird es halt eben massiv betreffen. Und die gesamten Rahmenbedingungen, die wir im Land haben, mit Kaufkraftverlusten, höheren Lebenshaltungskosten und so weiter, wird dazu führen, dass wenn künftig noch jemand individuell mobil bleiben möchte, dann bleibt ihm chinesisches Billig-Elektromobil. Nun ist ein großer Teil der Geldgeber stammt aus den USA. Welche Ziele verfolgen diese Geldgeber? Naja, das kann ich mir nur so erklären. Wir haben eine starke deutsche Industrie in unserem Land, die im Maschinenbau, im Anlagenbau weltweit führend ist. Noch? Noch, ja. Und die kann ja auch richtig was. Das muss man ja anerkennt sagen. Wir haben so viele Hidden Champions über das Land verteilt. Das ist unser Riesenfund gewesen, mit dem dieses Land mit seinem Mittelstand halt eben auch groß geworden ist. Der Bedarf an diesen Leistungen ist ja global da. Sonst hätten wir ja halt eben so einen Strukturaufbau nie gehabt in den letzten Jahren. Wenn man den aber jetzt durch irrsinnige Regelungen, durch das Schaffen von irrationalen Rahmenbedingungen kaputt macht, dann muss diesen Bedarf jemand anderes decken künftig. Und dieser Spur sollte man folgen. Rupert Scholz, nun will Bundeswirtschaftsminister Habeck an seinem umstrittenen Staatssekretär Greichen festhalten. Ist das aus Ihrer Sicht ein Fehler? Natürlich. Natürlich ist es ein Fehler. Das, was dem Herrn Greichen angelastet wird, dass er familiären Filz in extremen Maß, nicht? Bruder und Schwester sind in diesem Öko-Institut. Dann ist er noch verschwägert mit dem Staatssekretär Kellner, mit seinem Kollegen. Das sind Filzelemente, die untragbar sind. Die jede Form von Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Arbeit dieses Ministeriums erschüttern. Ja, so erschüttern, dass eigentlich kein Vertrauen bleibt. Oder bleiben kann. Und wenn der Minister jetzt sagt, er hält an dem Staatssekretär fest, dann bestätigt er eigentlich nur, dass er selber verantwortlich ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Staatssekretär handelt im Auftrage, immer im Auftrage seines Ministers. Er ist Vertreter des Ministers. Und wenn sich ein Minister vom Fehlverhalten eines Staatssekretärs dieser Art nicht wirklich auch personell trennt, dann geht es um ihn. Das heißt mit anderen Worten, die Frage entwickelt sich nach meiner Auffassung deutlich dahin nicht mehr nur Rücktritts- oder Ablösungsforderungen ad persona am Greichen, sondern ad persona am Habeck. Da entwickelt sich die Geschichte hin und das ist bei dem Verhalten des Ministers derzeit unausweichlich. Bei der Entwicklung der Geschichte, wie Sie es gerade so schön beschreiben, was glauben Sie, bedeutet die ganze Affäre eigentlich für die Ampel und für Kanzler Olaf Scholz? Es bedeutet sehr viel Negatives, das ist ganz eindeutig. Der Kanzler hat sich ja bisher, wie es so seine Art ist, rausgehalten unter dem Motto, ich habe mit den ganzen Geschichten gar nichts zu tun. Das ist so seine Haltung, wie er es ja auch sonst bei Sachfragen vielfältig tut. Gut, das mag man kritisieren, mag man nicht kritisieren, aber der Kanzler ist der Chef eines Kabinetts. Und wenn einem Kabinett Fehler, Säumnisse, Rechtswidrigkeiten dieser Art geschehen, ist er selbst mit betroffen, weil er verantwortlich ist. Das heißt, man kann es auch so formulieren, eigentlich müsste der Bundeskanzler hergehen und müsste sagen, Herr Habeck, was in Ihrem Ministerium passiert, mit Ihrem Segen, geht nicht. Sie müssen gehen. Das wäre früher auch, in anderen Zeiten, immer so gewesen. Ich erinnere mal ganz früh an eine Banalität, als es um den Herrn Möllermann von der FDP mal ging. Eine reine Banalität, da hatte für irgendjemand einen Wirtschaftsschips. Ja, Einkaufsschips, also lächerlich, gemessen an dem, worum es heute geht. Aber das war das Ende der Laufbahn Möllermann. Und so ist das Ende der Laufbahn Habeck, meines Erachtens, unausweichlich. Aber das muss der Bundeskanzler entscheiden. Nun klar, man kann sich vorstellen, er wird ja sagen, ich bin in der Koalition, wenn ich den Herrn Habeck rausschmeiße, dann sind die Grünen vielleicht weg. Aber auch die Grünen können sich nicht hinstellen und sagen, das Ganze ist belanglos. Wie es etwa der Herr Trittin getan hat. Der Herr Trittin hat ja nun den Herrn Habeck in Schutz genommen, in dem Sinne, in dem er gesagt hat, das ist alles eine Kampagne. Eine Kampagne gegen uns, die Grünen. Na gut, das ist gutes, altes, kommunistisches Reklame- oder Ideologiedenken, dem Herr Trittin ja entstammt. Aber so kann man das nicht abtun. Ein funktionierender Rechtsstaat, und dem ist vor allem der Bundeskanzler verpflichtet, muss immer für Verantwortlichkeit, Transparenz, Compliance sorgen in seinem Kabinett und auch darüber hinaus. Und wenn das nicht geschieht, gerät auch der Herr Bundeskanzler in schwere Wasser. Noch zumal das Ministerium, dem Robert Habeck vorsteht, ja ein ganz entscheidendes, ein ganz wichtiges Ministerium für Deutschland ist. Wenn das alles so geschieht, wie Sie das sagen, was bedeutet das eigentlich für die Handlungsfähigkeit, nicht nur des Wirtschaftsministers, sondern des gesamten Ministeriums für die Zukunft? Das ist schwer zu prophezeien. Auf jeden Fall ist dieses Ministerium massiv angeschlagen. Wenn ein Ministerium, das ja für eine bestimmte Politik steht, angeschlagen ist, fehlt es ihm nach außen an der Glaubwürdigkeit? Ich glaube nicht, dass heute noch ein normaler Bürger, der diese Dinge, über die wir hier sprechen, sich mal näher angeguckt hat, diesem Ministerium, diesem Minister noch vertraut. Wenn ich aber als Regierung, als Ministerium nicht mehr Vertrauen bei den Bürgern gewinnen kann oder besitze, dann werde ich auch mit dem, was ich politisch vorhabe, nicht akzeptiert. Das ist die Konsequenz. Und nicht akzeptierte Politik ist keine Politik. Herr Miro, nun haben sich da zwischen dem Staat und den Bürgern neue Organisationen entwickelt. Man nennt sie NGOs, ist englisch für Non-Governmental Organizations, also nichtstaatliche Vereine. Ist das ein neuer Lobbyzweck? Sind das Vereine, die der Allgemeinheit dienen oder ihrem eigenen Geschäftsinteresse? Ja, die dienen im Wesentlichen ihrem allgemeinen Geschäftsinteresse. Man hat im Grunde genommen eigentlich auf eine clevere Art und Weise das Prinzip der Parteienfinanzierung umgekehrt. Gerade die Grünen sind ja diejenigen, die immer am lautesten nach einem Lobbyregister schreien und Nachweise darüber wollen, welche Parteien von wem unterstützt werden. Und hier hat man das halt eben einfach umgedreht. Man finanziert über Steuergelder die entsprechenden Vorfeldorganisationen, die dann die Vorfeldarbeit leisten. Und das gewinnt insofern, finde ich, eine Brisanz, wenn man sich mal zum Beispiel die schon erwähnte Deutsche Umwelthilfe und diesen Verkehrsclub Deutschland anschaut. Wir hatten ja auch den Namen Jochen Flassbart schon mal erwähnt, der ja Gründungsvorstand des VCD war. Als er ins Verkehrsministerium, ins Umweltministerium als Staatssekretär kam, da kann man mal gucken, wie die Geldflüsse an die Deutsche Umwelthilfe und an den VCD plötzlich durch die Decke geschossen sind. Ab da geht's los. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, wenn man sich anschließend überlegt, dass ausgerechnet diese beiden Organisationen die Hauptkläger auf Fahrverbote etc. und so weiter waren. Also sprich Organisationen, die eine direkte persönliche Verbindung mit einem amtierenden Staatssekretär sind, verklagen Land, Kommunen und so weiter mit Steuergeldern, um halt eben Einfluss auf die Geschicke der Bürger zu nehmen. Das ist für mich unglaublicher Vorgang. Also fassen wir nochmal zusammen. Sie sagen, da ist es ein Staatssekretär im Umweltministerium, der nimmt Millionen in die Hand, gibt es an einen Verein, den er mit selbst gegründet hat, in dem seine Freunde Geschäftsführer und Mitarbeiter sind. Und dieser Verein macht dann für ihn die politische Arbeit. Ja, ob er die Entscheidung jetzt persönlich selber trifft, das habe ich soweit nicht nachvollziehen können. Es ist nur halt eben spannend, dass, wenn man die Zahlungsverläufe halt eben nachvollzieht, dass sie dann halt eben mit dieser Personalie auffällig korrelieren. Wer da halt eben am Ende exakt die Entscheidung trifft, habe ich nicht recherchieren können. Aber man kann ja die Schlussfolgerung aus den entsprechenden Fakten, die halt eben einsehbar waren, die kann man halt eben ziehen. Und da habe ich jede Menge Fragezeichen. Und was ich nicht erlebt habe, ist in der Vergangenheit die Bereitschaft, hier besondere Transparenz reinkommen zu lassen. Also gerade halt eben auch jemand wie die DUH, die ja jedes Komma gerichtlich penibel umdreht, hat jedes Jahr irgendwie eine andere Form des Geschäftsberichtes, sodass man nicht so ohne weiteres nachvollziehen kann, was kommt als Spenden rein, was kommt über wirtschaftliche Zuwendungen von Unternehmen etc. rein. Das ist hochgradig intransparent, das eigene Geschäftsgebaren oder Finanzgebaren und konterkariert im Grunde genommen eigentlich die Forderungen, die sie haben. Aber das ist halt eben auch so eine typische Vorgehensweise. Wir hatten es gerade eben schon mit dem Vorwerfen, dieser Begriff der Projektion, der wird hier flächendeckend angewandt, dass man in Kampagnen ständig dem politischen Gegner das zu Unrecht vorwirft, was man selbst exzessiv betreibt. Das ist im Übrigen eine ganz spannende Geschichte, weil das die gleiche Art und Weise ist, wie der Flügel, die AfD mal übernommen hat. Und das praktizieren Rot-Grün gerade mit der gesamten Gesellschaft. Aber das Wesentliche ist, wenn ich das mal aufnehmen darf, die Entscheidung. Herr Tichy hat dann über, wer entscheidet. Und wie Sie sagen, da guckt man nicht rein. Das ist das A und O der Geschichte. Ein Staat, ein demokratischer Staat lebt von klaren Entscheidungen, die parlamentarisch abgesegnet sein müssen, Stichwort Gesetzgebung, und rechtsstaatlich überprüfbar sind und für den Bürger erkennbar sind. Das sind Kriterien, auf die ich mich als Bürger verlassen kann, wenn ich in einem Rechtsstaat, einem demokratischen Rechtsstaat lebe. Das ist aber hier genau das Gegenteil. Hier erkennt man nicht mal, dass die Entscheidungen, die mich als Bürger betreffen, die mich als Bürger unmittelbar betreffen und auch belasten, dass ich nicht erkennen kann, wer hat das gemacht, wer hat so entschieden, wer hat diese Entscheidung eingespielt, wer hat sie durchgesetzt und wer hat sie bezahlt. Alles das kann ich nicht mehr erkennen. Und damit ist ein Staatswesen im Grunde auf dem Wege zur Bananenrepublik, muss man deutlich so sagen. Entschuldige, ja. Darf ich dazu gleich ergänzen, denn das ist exakt richtig und das untermauert sich dadurch halt eben noch, dass ich ja nun, wie ich ja schon erwähnt habe, in der letzten Legislatur verschiedene Fraktionsangehörige gefragt habe, ob sie überhaupt Kenntnis halt eben haben. Jetzt muss man sich ja die Arbeit der Fraktionen mal vor Augen halten, wie das läuft. Da gibt es dienstags die Fraktionssitzung in der Regel und jeder Abgeordnete hat ja seinen Bereich, für den er zuständig ist. Man kann ja nicht Experte in allem sein. Das heißt also, als Experte meinetwegen in Familienpolitik vertraue ich darauf, dass mir mein Fraktionskollege die richtigen Abstimmungsempfehlungen aus seinem jeweiligen Ressort vorschlägt. Und dass das halt eben sauber und vernünftig läuft. Und wenn ich gar nicht weiß, in welchen Kreisen der verkehrt und in welchen Interessen er eigentlich agiert, dann setze ich dem quasi auf. Und das hat dann halt eben nichts mehr mit dem eigentlichen Parlamentarismus und der Freiheit des Mandates zu tun. Denn die ist auch dadurch eingeschränkt, dass ich mehr als einmal gestaunt habe, dass mir Abgeordnete unter vier Augen gesagt haben, zu dem Thema habe ich die und die persönliche Meinung, aber ich werde entgegengesetzt abstimmen, weil die Fraktion das von mir erwartet. Und da habe ich jedes Mal fassungslos davor gestanden und habe mich gefragt, wo um alles in der Welt ist eigentlich dieses freie Mandat hingekommen. Ja, jetzt müssen wir allmählich auch zu Lösungen kommen, Herr Scholz. Erklärt die Tatsache, dass zum Beispiel in der Agora-Energiewende auch der heutige FDP-Staatssekretär Theurer sitzt, dass da auch CDU-Politiker drin sitzen, erklärt das, sagen wir mal, doch das gedämpfte Vorgehen der derzeitigen Opposition in solchen Sachverhalten. Es geht ja jetzt immer nur um Habeck, was richtig ist, aber es geht nicht um diesen Block der NGOs, der illegalen Einflussnahmen, der intransparenten Finanzflüsse und der vorgefertigten politischen Entscheidungen in einem Verein, der durch nichts demokratisch legitimiert ist. Meine Frage also, haben da die CDU auch ihre Finger mit drin? Ja, offenkundig ist es ja so, dass auch nicht nur die Grünen massiv in der Richtung tätig und engagiert sind, sondern die anderen Parteien auch. Und ich kann daraus nur die Schlussfolgerung ziehen, zu adressieren, die Forderung an alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, ihre aktiven Parlamentarier unmittelbar aufzufordern, sofort solche, ich nenne es mal Doppelmitgliedschaften, hier Abgeordneter, dort Lobbyist, zu beenden und aus solchen Gremien oder solchen Organisationen unverzüglich rauszugehen und sich davon zu distanzieren. Denn nur dann wird die Glaubwürdigkeit des Parlaments, so wie es im Grunde eben auch von Ihnen deutlich gesagt wurde, wiederhergestellt. Wenn ich davon ausgehen muss, dass mein Abgeordneter zum Beispiel, ich bin der Bürger und mein Wahlkreis, der Abgeordnete X, egal jetzt von welcher Partei, eben nicht nur der von mir gewählte Abgeordnete im Bundestag oder auch im Landtag, wo immer sonst ist, sondern dass er nebenher noch aktives Mitglied oder vielleicht sogar geschäftsführendes oder Innenmitglied in irgendeiner Agora oder sonstigen Organisation ist, dann kann ich ihm nicht vertrauen. Dann darf ich ihm fast nicht vertrauen. Ergo ist die Konsequenz, er muss da rausgehen. Er kann, als Bürger kann er das alles machen, aber nicht als Parlamentarier. Und das ist auch das Gleiche natürlich, wenn ich jetzt in die Verwaltung hineingehe. Wenn ich zum Beispiel meine Angehörigen, Kreichen, Bruder, Schwester und so weiter, wenn ich mit denen sage, ihr könnt das ja da machen und ich finanziere das auch. Ich sitze hier im Ministerium, wunderbar, und ich finanziere euch, ich schicke euch da hin und mache dies und jenes. Oder mein Trauzeuge, dich bringe ich da hin und kriege du Christengehalt. Für den Schäfer war ein Gehalt von 200.000 Euro. 200.000 Euro war im Gespräch für diesen Mann. Also der Trauzeuge, für den Trauzeuge, für den staatlichen Plenar. Unglaubliche Vorgänge. Und man kann nur sagen, wir müssen klare, staatliche, vertrauenswürdige Strukturen wiederherstellen. Aber das beginnt bei den Personen und ihrem persönlichen Verhalten. Und dazu gehört diese Forderung, die ich wirklich nachdrücklich erheben möchte. Keine entsprechenden Mitgliedschaften aktiver Politiker, aktiver Parlamentarier in Organisationen dieser oder jener Art. Ich will kurz in dem Zusammenhang auch für einen anderen Missstand nochmal hinweisen, der aus meiner Sicht auch alarmierend ist. Das Beauftragtenwesen. Wir haben inzwischen, fast jeden Tag wird von der Regierung ein neuer Beauftragter eingesetzt. Gegen Diskriminierung, gegen dies und das und jenes. Und das sind auch freischwebende Figuren, die hochfinanziert sind. Mit riesigen Stäben. Genau, mit riesigen Stäben und so weiter. Also der Steuerzahler muss da schon richtig hin. Aber warum macht man das? Alles das, was die als Aufgaben, auch gesetzgeberisch definiert, zu bewältigen haben, sind Dinge, die selbstverständlich auch ein Ministerium leisten kann. Die, ich sag mal, unsere guten alten Beamten, dies gibt es doch unverändert. Die können das alle leisten. Nein, man setzt diese Figuren ein, um bestimmten Leuten da natürlich auch etwas zum Munde zu tun und zieht die Verantwortlichkeiten aus dem Ministerium damit heraus. Das ist die gleiche Fehlentwicklung wie bei diesen Organisationen. Das heißt, man entkernt den Staat und macht wie Frau Ferda-Attermann, die Diskriminierungs-, Antidiskriminierungsbeauftragte, macht einen eigenen Klub für sie mit 80, 70, 60 Mitarbeitern. Und das war's dann. Das war's dann. Dabei, was heißt denn Antidiskriminierung? Antidiskriminierung bedeutet, positiv formuliert, Schutz von Gleichheit. Der Schutz von Gleichheit, Artikel 3 Grundgesetz, ist eine selbstverständliche Aufgabe sämtlicher Beamte, sämtliche Ministerien, die wir haben. Da brauche ich nicht noch so eine Beauftragtenfigur. Das muss jeder einzelne Beamte verantworten vor Ort. Eine solche Antidiskriminierungsbeauftragte, das ist buchstäblich ein, den Steuerzahler unrechtmäßig belastender Missstand. Ganz einfach. Gehen wir nochmal ganz zurück zum Thema. Wir haben ja in der Sendung jetzt von der Spitze des Eisbergs gesprochen, von Clan-Strukturen etc. Entzündet hat sich, ich will das nochmal sagen, das Ganze an einer Trauzeugen-Affäre. Ich will mal diesen ganzen Schritt nochmal zurück in Robert Scholz, auch aus dem Fundus ihrer Erfahrung schöpfen. Ist es nicht eigentlich möglich, dass die Findungskommission, die vom Habeck-Ministerium zur Besetzung des Däner-Chefpostens eingesetzt wurde, dass die mit Herrn Schäfer, der Name ist heute schon gefallen, eigentlich doch am Ende des Tages den richtigen ausgesucht hat, dann dem Aufsichtsrat vorgeschlagen hat und der Aufsichtsrat der bundeseigenen GmbH dann gesagt hat, ja, diesen Mann nehme ich. Ist es nicht vorstellbar, dass Herr Schäfer am Ende des Tages in einem Assessment-Prozess der richtige Mann war? Oder wo lag da der Fehler? Ich kann das überhaupt nicht ausschließen, dass der Herr Schäfer, dass dieser Mann qualifiziert ist und vielleicht sogar eigentlich der Beste ist. Das ist durchaus denkbar. Nur, es kommt auf das Verfahren an. Und das Verfahren ist eben nicht einwandfrei gewesen. Es geht nicht, dass Herr Greichen in dem Auswahlverfahren drin sitzt, wenn dieser Trauzeuge von ihm einer der Kandidaten ist, über den zu urteilen ist. Das macht von vornherein den, sagen wir einmal, den Verdacht schlüssig, dass hier Protektion stattfindet, dass hier damit auch Korruption stattfindet. Wenn der Herr Greichen klug gewesen wäre, hätte er im selben Moment, wo dieser Trauzeuge sich mitbewirbt um den Posten, hätte er sofort darauf hinweisen müssen, das ist mein Trauzeuge, ich will nicht den Anschein erwecken hier, dass ich den begünstige und begünstigen könnte, ich ziehe mich aus dem Auswahlgremium zurück. Das wäre sauber, korrekt gewesen. Und wenn dann der Herr Schäfer gewonnen hätte, dann wäre es okay gewesen. Aber wie kommt es zu diesem Verfahren? Man hat ja heute das Gefühl, Herr Scholz, Herr Mieruch, Klima rechtfertigt alles. Es wird ja ständig gesagt, die Welt geht unter, spätestens heute Nachmittag verglüht der Planet, wenn wir nicht sofort alle Heizungen zerstören. Wie kommt es dazu, ist es noch wirklich Klimapolitik oder ist es Klimapolitik für den eigenen Geldbeutel, die eigene Karriere und die eigene Verwandtschaft? Ja, für mich ist es Letzteres, was ich halt eben so sehe, denn halt eben auch um diesen Gedanken jetzt hier nochmal weiter zu spinnen, Die Grundlagen für so einen Ausfallverwahren sind völlig intransparent. Da wissen wir nichts drüber. Gleiches gilt im Übrigen für eine Mitgliedschaft in der Agora. Sie finden nichts darüber, wie sie da teilhaben können oder warum da wer eingeladen wird und warum es ausgerechnet diejenigen sind. Da gibt es nichts. AKW-Betreiber findet man da im Übrigen nicht. Nur mal halt eben, um auf die offene Diskussionskultur zurückzukommen. Es ist ja 2014, ist es ja halt eben auch schon so schräg gelaufen bei der Besetzung oder bei der Vergabe vom Bürgerdialog Stromnetz. Hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Schöne Gelegenheit, das jetzt hier nochmal transparent zu machen. Es passierte damals in der GroKo unter Wirtschaftsminister Gabriel ein Novum, in dem er den Grünen Rainer Barke zum Staatssekretär machte. Braucht man ja eigentlich, man braucht keinen Staatssekretär von der Oppositionspartei. Es ist ja eigentlich nicht üblich. So, dann wurde dieser Bürgerdialog Stromnetz ausgeschrieben und es gab neun Bewerber insgesamt, die sich darum kümmern wollten, quasi die Notwendigkeiten von Leitungsausbau und Erfordernisse quer über das Land im Rahmen der Energiewende den Bürgern näher zu bringen. Hatte ja ein heeres Ziel, das Ganze. So, von diesen neun Bewerbern hat dann am Ende ein Dreierkonsortium den Zuschlag bekommen, nämlich die Deutsche Umwelthilfe, Umweltschutz-Service-Gesellschaft MbH, die IQ GmbH und die Hirschengrub. Dieses Dreierkonsortium. Mit letzteren hat unsere Bundesregierung, soweit ich weiß, auch einen Rahmenvertrag im Hinblick auf Werbung und all solche Sachen. Die haben auch die ganzen Corona-Filmchen im Übrigen konzipiert. Und das Lustige oder das Spannende, lustig ist es ja eigentlich nicht, es ist ja eigentlich sehr, sehr bedenklich. Dieser Herr Barker, der zu dem Zeitpunkt, zum Vergabezeitpunkt, als der Zuschlag erteilt wurde, bei Gabriel Staatssekretär war, der war ein halbes Jahr vorher für viele, viele Jahre Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Umweltschutz-Service GmbH. Und das stinkt zum Himmel. Und zwar vom aller, aller Feinsten. Natürlich. Aber wie kommen wir da raus, Professor Schulz? Ich meine, Appelle jetzt an die Bundesregierung oder an den Bundestag, reinigt euch. Ja gut, das sagt die Kippe Appell bei, da haben Sie schon recht, aber das geht eigentlich nur über Selbstdisziplin. Der Konsens bei allen unseren politisch Verantwortlichen muss wiederhergestellt werden, dass wir für Transparenz, für Sauberkeit, Vertrauen und Glaubwürdigkeit in allen unseren Institutionen zu sorgen haben. Am Grunde eine Compliance-Forderung hoch N, so würde ich es einmal formulieren. Und das wäre eine Kernaufgabe vor allem für den Deutschen Bundestag. Da sollte er mal eine Enquete-Kommission beispielsweise einsetzen, wie wir wieder für entsprechende Glaubwürdigkeit und Sauberkeit sorgen. Und dann mal untersucht und auflistet, welche quasi öffentlichen, so fragwürdigen, unkontrollierten Gremien, Organisationen etc. und Verfilzungen heute in der Realität bei uns stattfinden und so viel Belastendes auf ihrem Konto haben. Eine Enquete-Kommission dieser Art, die wünsche ich mir. Nun wird man Ihnen entgegenhalten, das Klima ist so drohend. Hören Sie doch auf mit Ihren Bedenken, mit Ihren kleinlichen, altmodischen, institutionellen Bedenken und Beamten. Beamte sind nicht schnell genug fürs Klima. Tja, da würde ich sagen, die Beamten sind, wenn sie richtig geleitet und richtig auch herausgefordert werden, in der Lage, alles zu leisten. Ich habe ein großes Vertrauen nach wie vor in die, nicht nur Integrität, sondern auch in die Leistungsfähigkeit unseres Beamtentums. Aber die Beamten werden diskreditiert bei uns systematisch, indem man ihnen Verantwortung wegnimmt oder sie eben als die ewigen, was weiß ich, überbürokratisierten Entscheidungsverschlepper etc. diskreditiert und beleidigt, diffamiert. Man muss den Beamten auch mit Vertrauen und Kredit gegenübertreten, als Leitung, als politische Leitung, vom Parlament angefangen. Dann wird man sehen, wie gut das alles bei uns funktionieren kann und auch wirklich funktioniert. Aber dann kommt natürlich plötzlich im Fernsehen die Geschichte, da wird eine Brücke gesprengt, bekanntlich gerade, die seit Jahren gesperrt war. Da fragt man sich, was ist in Deutschland los? Und man wird wieder fragen, haben Beamte das verschleppt? Ich bin fest überzeugt, dass die Beamten, die da zuständig sind, irgendwo im Zusammenhang mit dem, was die Integrität und die Funktionstüchtigkeit dieser Brücke angeht, die Beamten sind nicht verantwortlich. Und irgendwelche Lobbyisten oder Ähnliches oder Leute in der Politik haben das verschleppt. Und das ist die Konsequenz. Wenn man reinguckt, kommt meist so etwas dabei raus. Ist eine Unterstellung, gebe ich zu, aber es ändert alles nichts an der Grundaufgabe. Zu unserem Rechtsstaat, unserem demokratischen Rechtsstaat gehört eine klare Gesetzgebung, gehört zweitens eine intakte Verwaltung, sprich intaktes Beamtentum. Und auch wirkliche Verantwortungswahrnehmung in transparenter Form durch die Verwaltung. Wenn das wieder hergestellt ist, werden wir keine Probleme mehr haben. Unsere Sendung zeigt, es geht um mehr als nur einen Trauzeugen oder andere familiäre Verflechtungen in Robert Habecks Wirtschaftsministerium. Es geht um eine ernsthafte Gefahr für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Kommende Woche gibt es keine Sendung und dann sehen wir uns wieder. Ich wünsche Ihnen trotz dieser bedrückenden Nachrichten schöne Tage zum beginnenden Mai.